Wir fangen an, Herr Werner. Ich bin bereit. Yeah. Sehr gut. Prüf ich am Werk. Oh, noch ein. Yeah. Yeah. Ja. Wir haben sie mal von der Seite, Herr Werner. Genau so. Oh, ich liege da. Auto müde. Marienkäfer. Auto müde, Auto tot. Ganz klassischen Marienkäferfall. Ja, das richtig. Ja, glaube ich auch. Wem gehört denn das Fahrzeug? Ja, mir. Können Sie mir eine Stütze geben? Dann würde ich es mal mit dem Wakenheber probieren. Ja, klar. Ich gebe ihn noch mal auf. Ich muss sagen, irgendwie habe ich Angst um meinen Tempest. Ich muss den noch ein bisschen weg hier bekommen.